Hallo und herzlich Willkommen zu GTA 5 Online zusammen wieder mit dem Jan, dem Chuck und Steve. Bewertet den Part und viel Spaß bei dem Video. Was ist das denn? Welche Farbe ist Chuck? Na, alles klar. Oh, die erste Kurve ist noch links, ey. Ich hoffe, ich stehe in der Rakete, aber dann könnt ihr von mir erst vorbeifahren. Chuckabon. Oh Gott. Nein. Ja, ich bin raus. Ich bin raus. Danke. Nein. Kann man da einsetzen? Kann man da einsetzen, Steve? Ich mach Upe. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wow. Ja. Warum hat er auch noch... Ich kannte diesen Modus erst gar nicht. Ich weiß nicht mal, was das ist, man. Besonders, warum müssen wir den Buggy dann nehmen oder was auch immer da ist. Deswegen. Warum bin ich am außen? Das scheiße ist. Da war ich mal. Tim, hör auf. Warte. Oh Gott. Nein, 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 nein. Das ist gut, aber es ist nicht aktiv. Hör da auf, hallo. Nein. Alter, Tim, was soll denn das? Alter, Tim, was soll denn das? Alter, Tim, ne, jetzt will ich schon mal. Oh, nein, ich kann nicht. Tim, Junge, was soll denn das? Oh, no. Ja, ich bin tot. Hä? Ich häng fest. Hä? Was ist passiert? Ich hab dir. Ich hab dann umgekehrt. Das ist sowas von dumm. Ich bin aber hängen geblieben an der Wand. Alter. Ich hab heute mehr tot, Alter. Der sagt, ich bin tot. Bist du jetzt der Wurlensohn? Warum? Verteidigt der Chuck oder was? Chuck, der verteidigt dich. Der will dein Schwanz. Ah, ne, bitte nicht. Oh fuck, ich muss jetzt mit einem Daumen in der Nase weiterfahren. Ja, vorne und links. Ich muss zum Beispiel töten. Ja, komm, fahr mal vor. Fahr mal vor, Chuck. Oh, Jan, Entschuldigung. Das hat egal. Ich hab nicht, ich hab nicht gewusst, dass er lenkt. Oh fuck, Mann. Ich sag gar nicht, ich hab beide getötet. Beide? Drei? Ich hab nicht gewusst, dass der Lenkball ist. Ich zieh auf Tim. Ich seh auf Jan so. Ja, dann hilft dir doch auch nicht. Bist du jetzt selber schuld, Jan? Ich hab mich entschuldigt. Mach die da. Jan, was machst du da? Ja. Ich will jetzt nicht bremsen, sondern... Fuck! Wir haben mir alles zerschossen, was geht. Hä, warum bin ich... Lol, ja, dann bin ich okay. Ich hab da nicht... Ich hab keine Rakete oder sowas gesehen. Ich hab ja... Hä, warum hat mich jetzt die Zone gefickt? Warum hat mich jetzt die Zone gefickt? Warum hat mich jetzt so gern hat sich getötet? Zumal. Ehre. 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 Ja. Mach mal rückwärts, Gang Tim. Mach mal rückwärts, Gang Tim. Wir sind jetzt da vorne. Oh, so putz! Junge! Junge! Warte, 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 warte. Trampenauto ist das. Nein! Was? Du hast mich einfach von der Seite gekommen. Ich dachte, das geht nur von vorne. Ich hab, glaub ich, ganz leicht mit der vorderen Gang. Ich komm da nicht mehr dran. Du hast einen Booster! Ja, das meine ich vorhin halt schon da hoch. Yay! Guck mal, der Schiff liegt rückwärts. War das du? Ich lieg da im Hintergrund. Ja, ich seh da gar nichts. Ich seh da so einen Bremsstreif oben oben. Da lieg ich aber noch. Oh nein, Booster Rails. Gar nicht gut jetzt am Anfang. Der letzte Trubbel ist... Was da? What the hell? Chuck, was machst du denn du? Wo ziehst du du was links? Der letzte hat ein Problem, als ich weitergehe. Chuck, du bist der größte Pasta! Ich konnte nix machen. Nö, du konntest mich nicht lenken, ne? Ich konnte nix gegen lenken, verdammte Scheiße. Chuck, du bist voller links gefahren, alter. Ja, weil ich... Ne, auch deswegen. Ne, der Jan war links. Der Jan war links von dir, alter. Aber ich kann nix machen, aber... Deswegen hast du keinen Flurschein und dann hast deine Eltern dich. Deswegen haben die zwei Hunde, weil sie nicht mehr lieben als dich. Was ist das denn? Ich hab immer noch die andere Kontrolle. Ne, du hast das aufgesprochen, du Spasti. Safe. Chuck, wegger. Nein, ich muss bremsen, damit ich Gas gebe. Alles klar. Ich wollte eigentlich Chuck wirklich treffen. Ah ja. Ne, wirklich echt. Ah ja, hier ist der Fettsack schon wieder. Hast du's super gemacht, Jan. Ah, jetzt geht's wieder. Wo ich jetzt was aufgesammelt hab. Jan, absolut Lust. Der darf nicht gewinnen. Perfekt mit durchgefahren. Ja. Jack, schnell, schieß mal. Nein! Ja! Was war denn jetzt? Ähm. Alles klar. Der Rappen, ich hab den Rappenwagen, der Rappenwagen wird weggerampft. Oh nein. Was ist jetzt passiert? Womal habt ihr euch gedreht? Keine Ahnung, der Jan ist glaube ein Stück zu mir gefahren. Ich? Ich hab mich nach vorne getroffen. Ich weiß nicht, was er ist. Bei mir hat er zum gebremst, hab ich ihn erwischt und ich dreh mich. Was, ich hab gebremst? Dann hast du mich eben gedreht. Sag mal, dann hab ich ihn gebremst, ne? Irgendwas hat mich ausgebremst, auf jeden Fall. Aber ich glaube der Gewinner der vorigen Runde... Ja, der war ja nicht. Oh, Entschuldigung. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein. Chuck. Chuck wird sich weg. Warum lassen wir den Faziter gewinnen? Ich hatte total Ich sagte, ich wollte eigentlich hinter Jan und Tim einen reinhauen. Dann treffe ich ganz, ganz leicht. Jan bricht aus. Chuck kann ich sterben. Das wollte ich nicht. Ich will Tim töten. Ehrlich Rakete, warum? Was soll ich denn? Hä? Ey, ich bin doch mit dem durchgefahren. Habt ihr doch gesehen, oder? Ja, aber Chuck jetzt. Chuck, hier auf! Ich bin da nicht mehr gefahren. Du auch. Jan, wir müssen das gewinnen. Chuck. Ich kiefe nicht. Ja, der ist schneller als du. WTF? Der kommt einfach nach Raketen vorbei. Warte mal, eigentlich erster in allem? Auf der Diglandsliste? Nein. Chuck war Glock jetzt. Okay. Ach, ekelhaft. 96. Vor allem, ich hatte glaube ich den anderen Sieg, oder? Ne, der Team hat zwei miteinander gewonnen. Schnau-Chuck bestimmt noch mehr Punkte als ich hatte. Ne, ich hab nur neun gekriegt. Schnau-Chuck. Wartet gleich mal ganz kurz, euch Hello, Erklären kann, was sie machen. Hehehehe. What the fuck? Ach, Chuck. Ach, nö! Mein fällt so bleiben. Das war so klar. Bei uns wird sich entscheiden, nur wer ein Man of the Match ist, ne? Erklären, ne? Aber wir haben gleich viel. Sag denn nicht auf die roten Tanks schießen. Nicht auf die roten. Noll. Ich hab beinahe ins Ding zu schießen. Na, ha! Hä, ich komm da nicht hoch. Ah, jetzt. Oh! Oh! Hat Laura... Warte mal! Warte mal! Tim, da geht's nicht lang, oder? Ich weiß es nicht. Ich wollte da hoch springen und der hat einfach einen Sprung nach vorne gemacht. Ja. Der Auslatschlag läuft lang. Ja, der Ball tot jetzt. Oh nein, ich hasse diese Teile. Ich hasse die Teile. Ich hasse die Teile. Der vor. Versenkt. Äh! Äh! Jee! Oh, tschau! Hey, was soll ich da machen? Es sind überall links-rechts Autos. Ja, da sind links-rechts-Autos. Dann laufe in die Mitte. Da sind links-rechts-Autos. Wie denn mein Auto ist die rechts vorne? Wie denn mein Auto ist die links vorne? Rechts-Lix-Autos. Tim, was hast du das? Ja, du musst... Ah! Was passiert? Laura ist unter dir halt geradeaus und einfach runtergefallen. Dirk war ja richtig nur ein bisschen früher vielleicht. Wer seid ihr eigentlich durch? Da war ja dieser Bus. Warte. Da war oben ein Loch. Ich mein, den Weg. Der ist ja voll... Der ist ja voll simpel. Ja, bei mir ist der einfach runtergefallen. Ja. Was denn? Was, was? Geh mal näher ran. Warum muss ich denn nicht weiter voll idiot? Oh... Oh... Chuck... Rennen! Ey, der will nicht hoch springen. Lauer auf die Tank schließen. Der will nicht hoch. Haha, die Lauer auf die Tank schließen. Der will nicht hoch. Bist du durchgerannt? Ja Echt? Ich hab's getroffen bei mir Ey das ist so ein scheiß Pfund Ey jetzt auch nicht Spaß Nicht zu viel laufen Ja was willst du ja machen Der ist bei mir vollgehende Takt erlaufen Und runtergefallen Mit dem Takt So du kommst mit mir Tim baut immer länger Aber der ist bisschen dick Ja im Ernst nochmal Jetzt können wir nicht mehr durch die Tür durch Hallo Ist hier dein Post Oh was Ich schwöre Tim ich hab den Kontroll nicht in der Hand Du mich auch Ich schwöre auf alles ich schwöre auf die Beziehung auf die Playstation Auf alles was ich besitze Ich hab den Kontroll nicht in der Hand Ich bin Beweis Video gibt's aber nicht also Schau welchen Punkte hast du bekommen Schautst du bei euch was am Takt, ne? Aber jetzt nicht drauf Du kannst eh den Betten Ich bin besseren Punkt Ich schwöre Tim Ich glaub nicht Ich sitz auf der Couch Ich hab nur das Headset auf Oh ja So das war's jetzt mit dem Video Wenn es euch gefallen hat Hinterlasst eine positive Wertung Und dann würde ich auch sagen Sehen wir uns beim nächsten Video wieder Also haut da rein Macht's gut Ciao Ciao Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen